Musik Hallo zu AppCheck28 hier. Heute möchte ich euch noch eine Website vorstellen und zwar TheVersus.dk Auf dieser Website werden Produkte von Apple mit Produkten anderer Hersteller verglichen. Die Videos werden von YouTubern gemacht und das schauen wir uns doch gleich mal an. Ja, dann gehen wir jetzt auf die Versus Seite, also auf die Vergleichsseite. Sehen wir hier gleich die Produkte die momentan verglichen worden sind. Zum Beispiel das iPhone 4 mit dem HTC HD 2. Ja, wenn wir hier draufklicken, kommen wir dann zu diesen beiden iMacs, wo dann die Videos ablaufen. Hier in diesen grün hinterlegten Zeilen werden dann die Vorteile der jeweiligen Produkte gezeigt und hier dann die Nachteile. Gehen wir noch weiter runter, kommen wir dann zum Preis und ganz unten wird dann immer der Gewinner angezeigt. In dem Fall das iPhone. Gehen wir noch eins weiter, kommen wir dann zum Partner. Ja, alle die Partner sind, bekommen im Januar dann ein Gewinnspiel. Das bekommen allerdings nur die Partner. Dazu muss man ein Video machen über diese Seite. Gehen wir noch eins weiter, kommen wir dann zum Download. Da kann man sich dann ein Theme für den iPod runterladen, was richtig cool aussieht. Oder das iPhone. Ähm, ja. Und bei Versys kann man dann auch schon sehen, was demnächst kommt. Zum Beispiel das Apple TV versus das WTT TV Live. Und wen das interessiert und wissen will, was man sich lieber kaufen sollte, sollte auf jeden Fall mal diese Seite besuchen. Und damit möchte ich mich eigentlich auch schon für dieses Jahr verabschieden. Mit abonnieren, kommentieren und bis bald.